Musik So Leute, da sind wir wieder Deadpool Wir sind näher dran jetzt, schon ein bisschen gespielt Wollen wir euch nicht so lange weilen Ah, warte mal Bitte, 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 auf die Mähähähähähähäh, danke schön lad schneller, lad schneller lad deine Leben auf oh 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 lad doch bitte deine Leben auf danke das langt mich an 2nd gravity ah a beautiful use of a beautiful weapon destroy him my mighty earthquake oh shit he's throwing the tummies at me again I love the tummies daddy I like you but not hey do you want to go to the enemy again? do you want to go to the enemy? do you want to go to the enemy? do you want to go to the enemy? do you understand the enemy? destroy him at me death and kill him at least kill everyone at least Was ist das? Was ist das? Ich habe das Bitter-Dead-Taste in meinem Mund. Nasty! Erstes Waker! Krass ihn in die Erde! Ah, Jesus! Gibt es nicht, wie stark die sind, ey! Hallo! Du bist alles, was ich habe, ihr Wichser! Lass das, hör auf damit! Das sind die schlimmsten überhaupt! Boah, einer dann! Ich hab ihn in die Erde! Ich bin so glücklich, dass du mit dir mit dir gehst! Schocken, Dramatis! Ja! $9.99 See these? These are bullets. Off goes the weasel! You may have defeated them, but you will never survive it all! You are busted with that? No! I get killed in your face! Let's go! Oh no! nein lad 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 schass die da oben ich geh da gleich mal hoch ja ihr wichser alter das ist jetzt dein maul man ja ey mach mal keinen Scheiß jetzt ja wo ist der hier das ist gar keiner doch stirbt du ungetünter Hölle flach bei den ja ja das die kann Was? Schon wieder Verbesserung? Die Scheiße. Nee, ich will das jetzt hier. Wie viel findest du denn im Momentum? Nee. Über Falger aus kann ich ein Add. Oder... ...laat deine Leben auf. Danke, Finn. Warte, Alter, das ist jetzt auch... ...schaffst du einfach mal. ...schaffst du einfach mal. ...schaffst du einfach mal. ...schaffst du einfach mal. Ich habe Angst. ...schaut, da einfach so! Achtung! Das ist seltsam! Was muss ich jetzt machen? Ich muss da lang! Was muss ich tun? Wer ist Billy? Die Sensenfelsen haben wirklich den Ort entfernt. Es ist unglaublich, dass niemand überlebt! Niemand überlebt. Niemand überlebt. Ah, meine Schmerzungsmüßler beginnt zu fühlen. Wie viel mehr von diesen dummen Clonen sind da? Einfach den Sensenfelsen Slaughter! Ja! Technologie ist deine Freundin. Also nicht deinem. Curse du, Deadpool! Ha, ha, ha! Weakling! My wrath! Manchmal lasse ich meine Schmerzen spüren, und sie sind schattet. Super, das untertächtet. Du... Du du, du 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 dukm, brumm, brumm, brumm. Hu-hahaha, ha, 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 ha. Was? Den Gegenstand habe ich noch nicht erworben. Das stimmt. Die auch noch nicht. Mama! Es ist eine Orgie von Destruction und Chaos! Wow! Ich habe eine dritte Hand mit meinen anderen Schrauben. Do not fail me, Clones! Wie kann das das sein? Clones, attack! Es ist das für die Clone, Leute! Es ist nicht so gut. Be careful. Yes, be careful. Das ist super. Wohohoho! Das war eine ganze Menge... Oh, mein Gott, hier kommen noch mehr. Im Gegensatz, wird der von anderen Geraden in Gang! Ah! Das ist auch ihr hier in den Valken. Das ist auch ein Zeitsort. Das ist auch ein Zeitsort. Das ist auch ein Zeitsort. Das ist die Leute in Ruhe. Der da hier stehe, ist tatsächlich bei diesen Leuten. 2nd Gravita LATOCH! Jetzt die Leibauf! Ah, ah! 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 There can't be any more to kill, and okay, here they come! How many of these bad boys have we killed? I've lost count! Ah! 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 Oh, that's Ape of Commons, Sinister! Ah! 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 Ah ja, Deadpool, hallo, aufladen, dankeschön. Take whatever you got! Make me! Get back! Kill you! Why are you letting this terrible thing happen to me? Let's go! It's hard. Oh no, right? Deadpool! Ah! Vertigo! Arclight! Blockbuster! Hey, did we kill those guys? Must be more clothes. Whatever! These clothes are gonna get home! At least the new blockbuster! It smells better though! Oh! 령! I can't say anything, I didn't see. Dipshit! Man sieht sich in der nächsten Folge, machen wir gucken, ob wir die besiegen können. Höchstwahrscheinlich, also bis dahin. Ciao. So der ist down. Ich habe keine Taschenlampe, ich habe gar nichts. Ein weiteres... Oh shit! Die Stimme scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Das ist... Jusch, kommt er so weit?